Passend der Titel des folgenden Films, Genesis, das Werden, das Entstehen, der Ursprung. Die Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose der Bibel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube an den großen Meister des Universums. Ein Film von Johann Daniel Roman. Die Langfassung können Sie übrigens bei uns im Internet sehen.